Denn wenn was kaputt ist, dann sieht das nicht ein bisschen anders aus. Ja, wenn was kaputt ist, ist Kacke. Auch bei mir war ja nichts kaputt. Katonisation, 80 Mann Arbeitsunfall gehabt. Da war auch Kreuzbandtierrissen, Seitenbandtierrissen und Meniskus, Graupenkelschaden. Und wurde 1985 in Berlin-Weißensee operiert. Da hatten sie eine PS-Kordel, also eine Plastik eingesetzt. Warum sonst die Wesen eigentlich? Und da können sie uns machen. Ich lasse mich da auch jetzt nicht mehr operieren. Ich weiß, was ich mit dem Knie machen kann und was nicht. Vor allem im Alter wird es ja dann noch nicht besser. Also was immer gut geholfen hat damals. Leider gibt es diese Salbe nicht mehr, weil die eine Salbe war. Final Goon, sag ich mal was? Ja, hab ich schon gehört. Salbe gibt es ja noch als Creme, aber nur. Nicht die Salbe extra stark. Also Salbe gibt es auch noch, aber nicht extra stark. Ja. Weil die war so. Da hast du, ach, ein Stecknadelkopf groß verschmiert. Okay. Hat alles gebrannt, aber richtig weggebrannt. Krass. Und wenn der nächsten Tag irgendwie damit in Wasser in Berührung gekommen ist, hast du gedacht, du stirbst. Aber das war das einzige, was dir geholfen hat. Mh. Das erinnert mich an APC Salbe. Ach, das kannst du auch vergessen. APC. Ja. Mittlerweile. Ich habe die mal irgendwann mal wieder benutzt. Das ist gar nichts. Ach. Also früher war sie noch. Das war Final Goon. Das ist das richtig gut gewesen. Früher war sie gut. Also die hat auch gefeuert. Übelst, wenn du dann ins... Du durftest nicht irgendwie in der Nase kommen mit der... Absolut. Oder eine heiße Wanne. Irgendwas war schon... Nee, nee, das stimmt. Ach, Final Goon extra stark. Also wie gesagt, das war... Die haben sie denn nach der Wende verboten. Ach so? Ja. Gab es nicht mehr. Gibt die Cremeser noch und Salbe, aber nicht die extra starken. Mhm. Die hatten auch Sportler, die DDR-Zeiten nutzen, wenn sie jetzt zum Beispiel sich aufwärmen mussten. Also jetzt zum Beispiel in die Winterspieler. Und dann... Diesen Teil mit eingeblieben. Und dann wurde denen heiß. Da konnte noch so kalt draußen sein. Ja. Aber wie gesagt, gibt es nicht mehr. Nee, aber... Deswegen kann ich nicht mehr alles machen. Deswegen bin ich auch im Spartik-Verein und nicht mehr im Sport. Ja. Irgendwie war jetzt die DDR-Zeiten immer auch in Leichtathletik. Als Schüler, als Jugendlicher. Wo ganz gut war. Und... Ja. Ah ja. Oh, wir müssen aber weit laufen. Ja. Kann man denn. Ja. Denk mal schon. Ach so. Mhm. Hinter dem Holzstapel. Hat ein Hit. Ist der immer noch in dem Holzstapel? Ja. Hä? Wo ist er hin? Dahinter. Oben. Pass auf. Oben. Oh. 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 Bei mir? Wie kamst du dir? Wie sieht es bei dir aus? Ist der bei dir? ich habe einen den anderen habe ich vertrieben mit mit so einem grünen fass das verbrennen wir den erstmal schnell und dann verbrennen wir den ach nee der ist ja ich habe gedacht der wer wir dir der andere da liegt ja vorn ach so ist doch gar nicht werfen brauchen okay das war der heilung gewesen in diesem ja schön hatten wir eine verpannstasche geben ich weiß ja du meinst also das ist nicht wert das stimmt schon da ist lebenskostbar dass man wegen davon bringen aber ich kann es verstehen sagen wir so dass manche eben wirklich ich habe keinen ausweg finden weil sie so verliebt waren oder wie auch immer halt ich sage mal so halt ich würde es auch nicht machen aber ich kann es verstehen ja ach so wollte erzählen so jedenfalls hier so ob die williams robin robin kennst du den schauspieler fand ich eigentlich ein sänger oder es gibt robbie williams ich glaube das ist das sänger und dann gab es auch den schauspieler ja stimmt ja ja ich geh schon jetzt weiß ich wie du meinst der sich gebraucht hat vor ein paar jahren ja ja ältere ja ja kann ich nicht verstehen ja du guckst aber nicht in die menschen und du darfst nicht vergessen ja hat psychische probleme ja klar aber also er sagt niemals habe aber die die haben millionen die waren erfolgreich wenn es denen zu gut geht dann sollen sie doch mal unser leben führen mit aufstehen müssen weil ich nicht so müsste anscheinend du unser eins muss ich rausquälen für für ein apple und ein ei sich zur sau machen lassen die schauspieler die aber die wissen es nicht zu schätzen was sie haben mag sein hier ist einer gestorben siehst du ihn ja ich habe ihn ordentlich reingedrückt ist er drin ist er nicht da aus oder draußen martin auf oben auf diesem balkon dieser terrasse hinter dem blech das grenze scheiße Pascal hat sich gemeldet das ist ja gut hallo hallo hi na ihr seid ja mal hier das gibt es ja gar nicht na wir zocken schon wie die wahnsinnigen ja ich sehe sie nicht so ist tot und da kannst du mich noch mal ach ja auch machen wir sind da jetzt gekommen was kann du war du war lange zockt er denn schon zwei stunden und läuft gut ja matthias ist ganz gut na komm du hast auch paar kills gemacht ist denn da noch jemand ja wir sind schon zu dritt Pascal ja das sehe ich achso ich habe einen ach da ist noch einer komm ey ich stecke jetzt ja wenn das noch einer ist komm gleich so jetzt läuft's ja jetzt läuft's kann man ja eigentlich gut das spiel komm mal zu dir hier liegen sie rum können sie alle looten können wir ja sogar noch die spinne machen ja das bauen die auch nicht aufheben ne warte mal zwei haben wir vorne erschossen vier liegen jetzt hier rum sind sechs mit uns acht das könnte ja noch maximal sind noch zwei teams ich guck mal wegen ammo ich guck mal hoch wenn ich noch kasse ja oh tatsache ist da ja ich glaube jetzt versuchen sie ja schon mit wechselmodellen das irgendwie auszugleichen aber finde ich aber auch irgendwie scheiße weil ich das schon oh da sind zwar noch welche sind drin ja aber sie schießen das ist eigentlich fühlt man sich ziemlich sicher kein hitmarker die sind wahrscheinlich draußen auch scheiße wo sind die hin aber das ist einer möchte ich sagen hier liegt einer draußen tot oh er ist hier ja gut hab ihn ist es noch einer oder ist es noch rot ne es weiß dann muss er die wesen sein dann können wir den looten muss ich den nochmal heilen und dann oh hier liegt der nächste das waren oben vier sechs acht vier zehn elf ja dann müssten wir sie eigentlich haben ach da liegt ja auch noch einer ja ich hab ne Haftbombe ich schmeiß die mal an die Spinne an sie ist gerade irgendwie zornig na versuch mal ob du sie triffst ja ich glaub es sie haftet oder ach schön ich hoffe es also ich bin mir nicht sicher es ging irgendwie einfach mehr sehen ja sehr schön sie brauchen noch einen Schuss oder so oder ne ne ok unten liegt's ja wunderbar ja das ist ja mal eine richtig gute Runde ja Wahnsinn ne ja fünf Jäger waren es fünf Jäger 1700 Dollar krass jäger 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 Untertitelung. BR 2018